Herzlich Willkommen bei Eurotark Simulator 2 mit meiner Venis-Kite. Und wir fahren immer noch nach Slowakei. Nach dieser Stadt, wo ich es nicht so aussprechen kann. Leider. Warteslawak kann ich aussprechen, aber das andere da. Und mal hingehen. Ich kann es nicht aussprechen. Und wir sind schon verspätet. Ja, in der letzten Folge haben wir ja geschlafen. Ich wollte lieber schlafen als... ...als halt... ...Geld bezahlen. Weil ich so eine Pause eingelegt habe. Und ich sehe hier gerade in Slowakei oder wo ich gerade bin. Ich bin bei Slowakei schon drin. Gibt es so öfters mal so kleinere Orte. Habe ich mir als Gefühl. Ja... Ich muss hier mal aufweisen. In den 70s. Weiß mal. Ja... Jedenfalls... ...2 Stunden um 5 und... ...33 Minuten sind wir da. Was machen wir als nächstes? Also... Wir sparen... ...denk ich mal... ...auf... ...den große Kabine. So... ...die große Kabine haben. So... ...gleich mal mitgenommen. Oh... ...denk ich weiß... ...denk ich mal... ...denk ich mal... ...zu viel Kamer... ...wenn wir dann so viel Kamer... ...eieiei... ...denk ich irgendwie... ...denk ich mal... ...denk ich... ...denk ich mal die große Kabine... ...und dann... ...motor oder irgendwie sowas... ...kann man... ...mit einem Löffel... ...ne... ...wir sehen ob wir da noch einen... ...motor einbauen können. Dann... ...wenn wir das haben... ...mitte Kabine, ...jedenfalls erstmal... Da sparen wir auf einen zweiten Lkw-Fahrer und einen Lkw, den wir dann zu dritt hier fahren. Der Jakob ist ja schon als meinen zweiten, also meinen ersten Lkw-Fahrer, wo er mit meiner Firma fährt. Mal sehen, was für Level der erreicht. Kann man mal gucken, nach der Lieferung hier. Ob da schon ein Level aufgestiegen ist oder nicht. Hier ist eine Brücke. Kann man lieber mal 85 und mehr nicht. Auch wenn 90 erlaubt ist. Lieber 5. Kann man langsamer als so schnell. Da ist noch ein Parkplatz. Dann bauen wir einen Nist. Wir könnten auch mal einen Schnellauftrag machen, dass ich einen Nist mit meinen Lkw-Fahren brauche. Vielleicht gibt es ja schöne Angebote. Mit dem Geld her mein ich. Aber so sind wir ja eigentlich fast ganz Deutschland schon gefahren. Machen wir auf jeden Fall noch ganz Deutschland fahren. Mal sehen, wie viele Folgen wir brauchen. und jedenfalls ganz Deutschland zu fahren. Na klar, könnte ich einfach mal da hinfahren. Außer Geigse. Aber da verdiene ich ja kein Geld. Macht für euch bestimmt auch nicht Spaß, wenn ich jetzt ohne Hänger fahre. Um da hinzugehen. Na ja, vielleicht könnte man noch vielleicht noch ein Kredit aufnehmen, dass wir vielleicht dann hier unsere Kabine oder sowas kaufen können. Also ich würde gerade beim MAN bleiben. Der ist nicht schlecht. Auch wenn Volvo oder also da drinnen Volvo mit dem PS stärker ist. Ich habe ihn gerade mit MAN dran gewöhnt zu fahren. Und wenn wir halt andere Lkw mal fahren sollten, also besser fahren, dann würde ich mal bei Schnellaufträgen gucken. Weil da kann man ja auch die verschiedenen Lkw haben. Ja, jedenfalls mein Lkw bleibt MAN. Und sonst, wenn ihr einen anderen Lkw sehen wollt, mal wieder mal einen anderen. Dann machen wir das mit einem Schnellauftrag. Da brauchen wir keinen Lkw zu kaufen. Ich überlege mir, ob ich hinten noch noch eine Achse zulegen. Oh, das war knapp. Jaja, wir sind jedenfalls bald in Slowakei. Dann könnte man mal gucken, bei den Schnellaufträgen, ob wir da was Schönes finden. Wenn nicht, dann fahren wir halt nochmal mit meinen MAN. Ja und mit einem Livestream. Ich habe ja mal bei LS glaube ich, oder bei Minecraft gesagt, dass ich jetzt so ein Livestream Internet Account habe. Da kann ich quasi auch Livestreamen, aber wenn Internet das macht Probleme. Das habe ich letztes erst getestet. Zu Hause. Also wer sagt hier mal. Was? Schwimmigkeit? Warte mal hoch, das nur noch. Guck, das ist die Stadt, glaube ich, wo ich es nicht auspressen konnte. Äh, kann. Ja. Hier ist halt bei den Livestreamen schwer, eigentlich ziemlich, also hier sagt man nicht schlecht, sondern eigentlich schlecht. Das ist die Qualität, die Bildqualität. Ich weiß nicht, wegen was das kommt. Weil mein Aufnahmeprogramm ist schon das höchste eingestellt. Das liegt bestimmt wegen die Internetverbindung, weil die hier nicht so gut sind. Gut ist, besser gesagt. Wo ich wohne. Ich möchte meine ich, dass es nicht auspacken können, dass es deswegen. Ja, ich würde sagen. Das ist das Problem. Das ist deswegen die schlechte Qualität ist und halt mehrmals mal. La- 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 La. Ich meine La- 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 La. Ich meine La- La- La. Deswegen sage ich mal. Oh, jetzt ist es rot gewesen. Ja, ich weiß. Deswegen... Erstmal keinen Live-Stream. Vielleicht, wenn die mal hier vielleicht die Innenleitung anders darlegen oder irgendwie unsere schneller mal geht. Vielleicht dann mal. Oder mal als Test testen. Ob das für euch trotzdem geht. Kann man ja auch eins machen. Könnt ihr mal hinschreiben, ob ihr mal einen Live-Stream sehen wollt von mir. Oder lieber sein, ob ich es designen lassen soll. Wegen die Internetverbindung. Müsst ihr mal wissen. Auf jeden Fall habe ich eins auf Hitbox und nicht auf Twitch. Ja, ich kann es ja euch dann mal hinschreiben, wenn ihr euch entschieden habt, ob ich mal mal Live-Streamen soll oder nicht. Ja. So. Wir sind da. Wir sind mit Verspätung, wie ich es gesagt habe. Hier ist ein bisschen Minuspunkt. Ja. Wir haben mal wenigstens 8.000 rausgeholt. Fast 9.000. Von, ähm, schätzen wir mal 10.000 oder 11.000. Da habe ich es ja nur, sagen wir mal, 3.000 Euro verloren. So. Ich wollte mal gucken. Neue Ton hier aufrüsten. Also das XX. Ah. Ich weiß nicht, jetzt haben wir den schon drinnen. Auf jeden Fall den XXL Fahrerhaus. Auf jeden Fall den XXL Fahrerhaus. Auf den spare ich gerade noch. Und zwar braucht man immer so viel. Wir haben 55 aufgerundet und das braucht 62. So viel ist es gar nicht. Ja, da fehlen noch 5, 7, sag mal 8.000 fehlt mir noch. 8.000 bis 9.000 fehlt mir noch bis 62. Und dann will ich noch ein bisschen mehr. Warte mal. Bank. Und 100 könnte ich nur holen. Guck mal, das andere könnte ich sogar rückzahlen schon. Ne, dann habe ich es ja nur. Warte, quetschte ich da. Ah ne, kein Gedächt. Das heißt, man ist irgendwann nicht mehr hinterherkommen. Und zwar gucken wir mal auf Schnellaufträge. Was so gerade hier rum geht. Äh, gerade da ist. Zum Beispiel hier ist ein Mercedes. Scania, ein Volvo. Noch ein Mercedes und ein Iveco. 10.000. Mal sehen, wenn ich Frachten mag. Sogar... Hier ist es insgesamt. Hier ist eines mit 16. Lebendrind. 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 Ey, hier sind sogar Rinder. Kann ich jetzt sogar... Aber dann muss ich sagen, nach Dänemark rum. Esser Hochfahrt, ey, ne. Was ist hier? Na, kann es leider nicht. Da unten. Was ist das? Nach Ungarn? Es ist ganz schön weit nach Osten. Gehen wir jetzt hier. Ja, weil wir nach drüben kommen. Dann gehen wir nochmal nach Chasien. Wo wir noch nicht fahren. Und dann gehen wir nach Deutschland. Dann wieder zurück. Erstmal hier nach Deutschland. Alles machen. Ich denke, wir gehen erstmal wieder nach Chasien rüber. Und dann erstmal wieder in Deutschland kommen vielleicht. So könnten wir es machen. Genau. Nach Chasien. Wieder zurück fahren. Ja, das könnte man vielleicht nicht schaffen. Aber ich denke mal nicht bei dieser Aufnahme. Muss ja alles validig gehen. Mit einer Ampel und so. Da. Schon eine rote Ampel. Ich denke mal nicht ganz schaffen wir es. Dann sage ich mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hau noch rein. Wenn es euch gefallen hat, den Daumen nicht vergessen. Als Tipp nur. Und noch ein dickes Ass Pfeife. Tschüss.